Ich möchte heute den fünften Brief mit euch betrachten, von Jesus an die Gemeinde. Es ist der Brief an Sardes. Sardes ist vor allem bekannt vom Krösus, ich weiss nicht, ob ihr den kennt, den Krösus, reich wie Krösus oder bin ich etwa Krösus. Dieser Krösus war König in Sardes und die Stadt hatte Wohlstand. In dieser Stadt ging es immer sehr gut so. Mal schauen, was Jesus der Gemeinde in Sardes zu sagen hat. Offenbarung 3, Vers 1-6, die Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen, da steht Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt er die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Busse. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie immer stellt sich Jesus zuerst der Gemeinde entsprechend vor und er sagt der Gemeinde, dass er derjenige ist, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Sieben Sterne wissen wir aus Offenbarung 1, damit sind die sieben Engel gemeint. Und die sieben Geister, das ist ein Bild, das auf Zacharia 3, Zacharia 4 und Jesaja 11 zurückgeht, wird in der Offenbarung selbst gedeutet, der siebenfache Geist ist der Heilige Geist. Jesus sagt also damit, ich bin derjenige, der die Verantwortlichen der Gemeinde in der Hand habe, die Botschafter der Gemeinde und ich bin auch derjenige, der den Heiligen Geist hat. Ich kann den Heiligen Geist geben und ich habe auch die Macht, den Heiligen Geist wiederzunehmen. Der Heilige Geist, der steht für das geistliche Leben. Jeder Gläubige, der Jesus Christus als Herrn annimmt, erlebt, wie Jesus durch den Heiligen Geist ins Leben kommt und er ist jetzt geistlich lebendig. Wir sagen ja manchmal so, er hat den Geist aufgegeben oder es hat den Geist aufgegeben. Wir meinen damit, dass jemand oder etwas wie gestorben ist. Jesus sagt hier damit, ich bin derjenige, der den Geist gibt, dann lebt jemand geistlich und ich bin derjenige, der den Geist auch nehmen kann, dann ist jemand geistlich tot. Also hier in Sardes geht es nicht um Nebensächlichkeiten, nicht um Peanuts. Da geht es um das Zentralste des Lebens als Christen. Um geistliches Leben, um geistlichen Tod, also um Tod oder Leben. Nachdem Jesus sich vorgestellt hat, ist es ja jeweils so, dass er der Gemeinde sagt, was alles super ist in der Gemeinde, es kommt das Lob. Sardes ist eine von zwei Gemeinden, die kein Lob bekommt. Laodizea bekommt auch keines. Sardes, da sagt Jesus, ich kenne deine Werke und wahrscheinlich könnte er unglaublich viele Werke aufzählen. Was die da alles tun, aber du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wow. Du hast den Namen, heisst du hast den Ruf, einen Ruf erarbeitet. Überall spricht man von dir. In der ganzen Region Kleinasien weiss man, in Sardes, da gibt es eine unglaublich lebendige Gemeinde. Also die, die in dieser Gemeinde, da geht etwas ab, die ist attraktiv. Eine richtige Vorzeigegemeinde. Vielleicht würde man heute sagen, eine Gemeinde mit einem attraktiven Gottesdienst. Mit lebensnahen Predigten, mit lebendigem Lobpreis, wo alle stehen und Gott anbeten. Mit Gebetshelfern nach dem Gottesdienst. Deinem wunderbaren Chille-Kaffee. Mit einem genialen Kinder- und Jugendprogramm. Ameisli, Jungschi, Sio, Ige. Natürlich auch ein attraktives Frauenfrühstück. Geniale Männerarbeit und die zwei schönsten Stunden im Monat dürfen da auch nicht fehlen. Geniale Seniorenarbeit. Ja, natürlich einen super Livestream braucht ihr heute auch, oder? Tadellos, der funktioniert mit genialen Kameraeinstellungen. So, natürlich eine übersichtliche, moderne Website. Ja, ungefähr so wünschte ich, wenn man über unsere Gemeinde sprechen würde. Oder so, richtig attraktiv und top. Aber jetzt sagt Jesus, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Dieser Brief von Jesus muss uns eine Warnung sein. Äusserlich betrachtet kann etwas unglaublich attraktiv sein. Anziehend, Vorzeigegemeinde. Aber das innere, geistliche Leben fehlt. Ich hoffe natürlich, dass Jesus dieses Urteil nicht über unsere Gemeinde hat. Aber es kann sein, dass eine Gemeinde äusserlich betrachtet mega attraktiv ist. Und innerlich tot. Klar, man kann auch äusserlich tot sein und innerlich tot. Geht auch. Aber es kann sein, dass eine Gemeinde äusserlich betrachtet voll lebt. Und innerlich doch tot ist. In Sardes, wie auch immer sich damals die Lebendigkeit gezeigt hat, das weiss ich nicht so. Da war mehr Schein als Sein. Man kann sagen, das war außen top, innen flop. Es gibt in 1. Samuel 16, Vers 7 einen Vers im Alten Testament. Viele kennen den wahrscheinlich auswendig so. 1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Was für Menschen gilt, gilt jetzt anscheinend auch für Gemeinden. Gott, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Wow, attraktiv so. Gott aber sieht das Herz an. Und da sagt Jesus, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Natürlich nicht physisch tot. Klar, die Menschen dort, die lebten auch physisch gesehen. Das meint geistlich tot. Der verlorene Sohn, er geht vom Vater weg. Der Vater steht für Gott. Geht sein eigenes Leben. Dann kehrt er um zum Vater. Und dann sagt der Vater, dieser mein Sohn war tot und ist jetzt lebendig geworden. Das ist damit gemeint so. Jetzt lebt er wieder. Das ist das, was die Bibel sagt über einen jeden Menschen von Natur aus. Jeder Mensch ist von Natur aus geistlich tot. Epheser 2,1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Man kann also sagen, jeder Mensch heute, der hier sitzt, über den gilt, du warst tot oder du bist tot. Geistlich gesehen. Nur diese zwei Optionen gibt es. Du warst tot in Übertretungen und Sünden oder du bist tot in Übertretungen und Sünden. Man kann also sagen, diese Gemeinde hier in Sardes, das war ein Etikettenschwindel. Die haben etwas vorgegeben, was sie gar nicht sind. Voll lebendig, aber eigentlich tot. Eine Mogelpackung. Ein Etikettenschwindel. Kennt ihr Kassensturz? Kassensturz kürt jedes Jahr den Etikettenschwindel des Jahres. So im Januar, der Etikettenschwindel des Jahres 2020 war das Vosswasser aus Norwegen. Kennt ihr das? Das kostet, ich habe euch ein Bild mitgebracht, kostet 7.80 Franken pro Liter und ist zu kaufen in einem Supermarkt mit roten Buchstaben. Der Mikro. 7.80 Franken pro Liter, also nicht einfach in einem Restaurant so. Und das Besondere an diesem Vosswasser ist, ich blende es noch einmal ein, ihr müsst rechts schauen, ganz gut, ist, es ist Arthesisch. Oh, Arthesisch, was ist das? Kassensturz wollte das natürlich herausfinden, hat es herausgefunden. Arthesisch heisst, das Wasser kommt mit eigener Kraft, mit hoher Geschwindigkeit aus der Erde raus. Spektakel. Man ging dann nach Norwegen, um diese Spektakel zu beschauen und man fand eine Abpackungsanlage, so eine Fabrik ohne Arthesisches Wasser, weit und breit, einfach Leitungswasser, das da hineingetan wurde. Völlig normales Wasser, übrigens in Norwegen sieht die Flasche genau gleich aus, einfach oben rechts, also oben steht nicht Arthesisch, dürfen Sie dort nicht sagen. Weil es stimmt nicht, es ist ein Etikettenschwindel. Man hat dieses Wasser dann in der Schweiz in einem Labor untersucht und gemerkt, dieses Wasser, das ist sogar ein bisschen schlechter von der Qualität als durchschnittliches Leitungswasser in der Schweiz. Ein Etikettenschwindel. Es gibt vor, etwas Besonderes zu sein, ist unglaublich teuer und die Menschen kaufen es. Etwa so war die Gemeinde in Sardes ein Etikettenschwindel. Unglaublich attraktiv, nach aussen hin aber innerlich tot. Aber ich habe mir überlegt, wie kann es so weit kommen, dass eine Gemeinde ein solcher Etikettenschwindel, eine solche Mogelpackung wird. Wie kann das passieren? Leider steht nichts im Text, das hätte ich jetzt gerne so gelesen. Wie es passieren kann, dass eine Gemeinde, die wahrscheinlich auch geistlich lebendig gestartet hat, nach ein paar Jahren geistlich tot war. Ich weiss es nicht. Aber die Ausleger, die ich gelesen habe, die weisen darauf hin, dass es doch spannend ist, dass in diesem Sendschreiben jegliche negative Beurteilung fehlt. Kein Druck von außen, kein Druck von innen, keine Verfolgung, keine Irrlehrer. Ich denke, die Gemeinde hatte Wohlstand, viel Geld, Attraktivität, überhaupt keine Probleme, keine Konflikte. Einfach gemütliches Leben in dieser Gemeinde. Ein Ausleger, ich zitiere ihn, schreibt zu diesem Text, warum wurde diese Gemeinde so in Ruhe gelassen? Warum blieb der Satan, der sonst keine Gemeinde ungestört ließ, sah er des fern? Weil die Gemeinde geistlich tot war. Wo Sünden tot, kein Märtyrer tot. Ein anderer Ausleger. Wenn eine Gemeinde ihre Lebenskraft eingebüßt hat, ist sie keinen Angriff mehr wert. Jede Gemeinde, die eine entschiedene Botschaft zu vermitteln hat, wird auf Gegner stoßen. Wenn die Gemeinde sich der Welt jedoch so weit anpasst, dass diese nichts mehr an ihr auszusetzen findet, ist sie eine tote Gemeinde. Mir auch überlegt, kann Jesus das auch zu Einzelpersonen sagen? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Ich glaube schon. Ich glaube, das kann dann sein, wenn jemand sagt, ich bin Christ auf dem Papier. 60% der in der Schweiz lebenden Bevölkerung behauptet von sich, Christ zu sein. Je nachdem, welche Konfession, aber irgendeine christliche Konfession. 60% sind es immer noch. Da kann man sagen, ja, da steht Christ drauf, aber es ist nicht Christ drin. Oder da steht Christ auf dem Papier, aber es ist nicht Christus im Leben. Es kann es also geben, wenn jemand ein Namenschrist ist. Dass er sagt, dass er Christ ist, aber er lebt gar nicht wie ein Christ. Er hat den Namen, dass er lebt, aber er ist tot, geistlich gesehen. Aber jetzt kann es auch sein, dass jemand jeden Sonntag einen Platz besetzt bei uns, die hier in der Übertragung oder von zu Hause aus mit dabei ist, regelmässig in der Bibel liest, betet, auch sogar öffentlich, vielleicht als erstes gerade betet so. Und einfach so nach aussen hin, so richtig christlich sich gibt. Aber es ist alles nur ein Leben nach Gesetzen, nach Gesetzlichkeiten. Bei Jungen würde man sagen, so jemand ist christlich sozialisiert. Der weiss, wie er sich geben muss, da in der Gemeinde, damit alle denken, wow, ist der lebendig. Aber der Heilige Geist fehlt. Keine Bekehrung, keine Wiedergeburt. So wie Jesus in Johannes 7, 38, 39 sagt, ist es nicht. Jesus sagt dort, Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fliessen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Es ist nur äusserliches Leben, nur Fassade. Und der Heilige Geist fehlt, es ist alles nur Krampf und Kampf. Äusserlich sieht es mega christlich aus, aber es ist nur religiös, nur gesetzlich. Kein echtes Leben als Christ, kein Heiliger Geist. Und wisst ihr, es ist eine unglaubliche Tragik, wenn man zu einer dieser Gruppe gehört, da. Eine unglaubliche Tragik. Weil jemand, der geistlich gesehen tot ist, Bibel nennt es auch, der geistlich gesehen schläft, der weiss gar nicht, dass er tot ist. Klar, ich kann jetzt da nicht aus Erfahrung sprechen, ich war noch nie tot, seit ich lebe. Aber ich habe schon sehr oft geschlafen. Und wenn ich schlafe, dann weiss ich jeweils nicht, dass ich schlafe. Das ist das Problem. Ich weiss erst, wenn ich aufwache, dass ich geschlafen habe. Noch etwas geträumt oder so. Aber während des Schlafens weiss ich nicht, dass ich schlafe. Und das ist das Problem, wenn jemand geistlich tot ist, geistlich schläft. Dann weiss er das gar nicht. Man ist vielleicht richtig selbstzufrieden mit seinem Leben. Ich bin ja ein guter Christ. Es läuft ja alles gut. Es gibt ja keine Probleme in meinem Leben. Auch als Gemeinde. Wir haben ja ein attraktives Programm. Alles super so. Keine Probleme, keine Verfolgung, keine Irrlehrer. Alles super. Richtig selbstzufrieden. Und jetzt sagt Jesus dieser Gemeinde und damit auch jedem Einzelnen in dieser Gemeinde. Werde wach. Also ich finde das ja schon ein bisschen komisch. Da sagt er, du bist tot. Und dann sagt er diesen toten Menschen, werde wach. Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich schlafe, dann kann ich mich selbst nicht aufwecken. Also das schaffe ich nicht. Ich brauche einen äußeren Impuls. Weissen Sie, ist das bei mir auch der Wecker? Vielleicht auch mal ein Kind, das schreit. Wobei das hört vor allem meine Frau. Oder ein körperliches Bedürfnis. Aber es braucht irgendeinen Körper, einen äußeren Impuls. Und dann bin ich wach. Also ich kann nicht sagen, so morgen wache ich mal auf um 3.17 Uhr. Einfach so. Schaffe ich nicht. Das geht nicht, weil ich bin ja am Schlafen. Man kann nicht einfach so sich selbst wecken. Das geht nicht. Und jetzt sagt Jesus genau das. Ihr schlafenden Christen oder ihr toten Menschen, wacht auf. Und damit fordert Jesus etwas, was eigentlich menschlich gesehen unmöglich ist. Unmöglich. David Platt erzählt im ausgezeichneten Buch, das ist wirklich äußerst ausgezeichnet, das Buch Keine Kompromisse. Jesus nachfolgen um jeden Preis. Er erzählt in diesem Buch von einem Professor für Predigtlehre, der seine Studenten jeweils am Anfang des Semesters so auf den Friedhof genommen hat. Dann hat er seine Studenten, die das Predigen lernen sollten, aufgefordert und jetzt predigt mal so gut ihr könnt zu diesen Gräbern. Euer Auftrag ist, dass diese toten Menschen wieder leben. Das hat natürlich niemand gemacht, das geht nicht. Aber dann sagt der Professor, genau das ist es, was Gott zukünftig von euch Predigern fordern wird. Dass ihr zu geistlich toten Menschen spricht. Und sie auffordert so mit euren Worten, kehrt um und glaubt ans Evangelium. Und das geht nicht. Das ist menschlich gesehen unmöglich. Da könnt ihr die beste Predigt halten. Die besten Methoden verwenden. Das geht nicht. Denn die Menschen sind ja geistlich tot. Und trotzdem haben wir genau diesen Auftrag. Toten Menschen zu sagen, kehrt um. Das nennen wir Evangelisation. Wir sprechen Menschen, die geistlich tot sind, zu Lebe. Kehr um. Nimm Jesus aus seinen Herrn an. Und das geht eigentlich nicht. Und doch, es geht. Warum? Weil Gott tote Menschen lebendig machen kann. Stell dir so vor, Jesus steht vor dem Grab von Lazarus. Und er ruft dem toten Lazarus. Lazarus, komm raus. Und die Menschen haben wahrscheinlich gedacht, Jesus, geht doch nicht. Und dann kommt dieser Lazarus aus dem Grab raus. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und das ist mein Auftrag, das ist unser Auftrag. Als Gemeinde, geistlich toten Menschen zu sagen, kehrt um. Entscheidet euch für ein Leben mit Jesus. Und das braucht immer göttliches Eingreifen. Klar, wir versuchen die beste Methode noch zu verwenden. Verschiedene Methoden. Mit Josef Müller, eine Evangelisation, live on stage. Und was auch immer. Das sind alles Methoden. Und ich finde viele Methoden auch super. Aber das Entscheidende. Wenn Gott nicht wirkt, dann ist alles für nichts. Egal, welche Methode man verwendet. Es braucht göttliches Eingreifen. Und wenn dann jemand zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, dann hat er den Auftrag, stärke das andere, das sterben will. Da gibt es in dieser Gemeinde noch andere, die sind noch nicht ganz tot. Aber die sind vielleicht sehr gleichgültig geworden im Glauben. Auf dem besten Weg dazu, geistlich zu sterben. Vielleicht sind das Menschen, die sind mal zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Haben richtig gut gestartet mit Jesus. Aber jetzt lassen sie kaum mehr in der Bibel. Beten kaum mehr. Sind auch nicht mehr in der Gemeinde anwesend. Ihr Geld verwenden sie für sich selbst. Keine Grosszügigkeit fürs Reich Gottes. Nur noch für den eigenen Geldbeutel. Wollen das Evangelium nicht mehr weitergeben. Meiden jede Situation, in der es ein bisschen brenzlig werden könnte. Nur ja, nicht zu extrem. Ich bin immer noch ein guter Christ. Das muss ja niemand wissen. Und irgendwann einmal, das ist die Gefahr, kann es sein, dass jemand wie geistlich stirbt. Ich halte es heute für die grösste Gefahr der aktuellen Zeit, wenn Gläubige sich nicht einer lokalen Gemeinde anschliessen. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Leiter im Sola Pradella. Ich habe mal ausgerechnet, kann man ja heute mit Excel sehr einfach so. Es gab über 500 verschiedene Teenager, die in unseren Lagern waren. Viele von den Teenagern, die habe ich erlebt, wie die ein Leben mit Jesus gestartet haben. Da ging der Glaube so richtig auf im Leben und der Same fiel leider auf felsigen Boden. Und nach dem Lager, dieser Glaube konnte keine Wurzeln schlagen, wurde nicht genährt so und ist wieder abgestorben. Und das hat mich sehr bewegt. Wir haben so viele Teenager erlebt, die ein Leben mit Jesus gestartet haben und dann heute nichts mehr mit Jesus zu tun haben möchten. Ich habe mir überlegt, woran liegt es, dass Einzelne im Glauben bleiben und andere wie im Glauben wieder absterben. Und ich habe den Punkt gefunden. Diejenigen Teenager, die nach dem Lager Anschluss an eine Gemeinde gefunden haben, Teenie Club oder Jungschi oder IG, die sind heute mit grösserer Wahrscheinlichkeit noch im Glauben und die anderen mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Die Gemeinde ist so entscheidend. Die lokale Gemeinde. Und wisst ihr, das ist ein biblisches Bild. Die Gemeinde ist der Leib von Christus. Wir sind ein Leib miteinander verbunden. Finger und Hände und Füße und Ohren und Mund und Nase. Wir sind miteinander verbunden. Was passiert, wenn ein Finger abgetrennt wird vom Leib? Vielleicht so am Strassenrand liegt. Tod. Das ist das Bild der Bibel. Wenn ein Christ sich von einer Gemeinde entfernt, dann mag er noch eine gewisse Zeit gläubig sein. Vielleicht sogar gläubiger als die anderen in der Gemeinde. Das erlebe ich immer wieder. Aber dann mit der Zeit. Klar, in Sardes war das Problem nicht, dass die die Gemeindezusammenkünfte versäumt haben. Die waren ja richtig aktiv. Ich glaube, da waren viele da. Es braucht ja viele Menschen, wenn eine Gemeinde attraktiv sein möchte. Lebendig so. Aber das Problem dieser Gläubigen in Sardes war wahrscheinlich, dass sie keinen echten inneren Glauben hatten. Nur äusserlich so. Aber in den eigenen vier Wänden irgendwie kein Glaube da. Und ich möchte dich mal fragen. Dort, wo dich niemand sieht. Dort, wo du für dich ganz alleine bist. Vielleicht am Morgen, am Abend, wann auch immer. Wie sieht dann dein Glaube aus? Wenn du nur so vor Gott, so Koran Deo, sagt man dem in der Theologie so. Vor dem Herzen Gottes so. Vor Gott bist. Wie sieht dann dein Glaube aus? Kann Jesus dann sagen, du hast den Namen, dass du lebst und du lebst? Okay, warum sollen diejenigen, die da aufgewacht sind, dir und die anderen aufwecken? Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Ich deute das so, dass diese Christen da in der Gemeinde, die haben viele gute Werke getan. Und die wurden wahrscheinlich sogar gelobt von den anderen. Wow, deine Predigt so super. Wow, die Andacht, die du gehabt hast. Die Musik, genial, danke. Wow, das Killer Kaffee, der Kuchen. Wow, wie der gut war. Und man hat einander so richtig gelobt. Und Jesus sagt, ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Das ist wahrscheinlich dann der Fall, wenn wir unsere Werke nur für Menschen tun. Dann denke ich, ja super, alle loben mich. Ich sage, danke, super. Aber ich mache es nicht für Jesus. Das merkt man oft an, wenn es mal keine Komplimente gibt und kein Dank und etwas mal in die Hose geht. Das mache ich nie mehr. Dann habe ich es wahrscheinlich für den Dank gemacht, der Menschen. Und dann muss Jesus sagen, ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Du hast es nur für dich gemacht. Nur für die Menschen. Aber nicht für Gott. Der dich auch sieht, wenn dich niemand sieht. Jetzt kommt in Vers 3 der Bußaufruf. Es steht da, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Sind da Menschen, die sind geistlich gesehen tot oder eingeschlafen? Sollen wach werden? Und was ist jetzt das Entscheidende? Das Entscheidende ist, erinnere dich an das, wie es am Anfang war. Ich möchte dich mal fragen, was war am Anfang deines Glaubenslebens entscheidend wichtig? Welche Botschaft war da zentral? Durch das und das und das und das? Nein, hoffentlich nicht. Am Anfang unseres Glaubenslebens ist nur eine Botschaft entscheidend. Das ist die Botschaft, Jesus Christus hat alles für dich getan. Alles. Das ist das Evangelium. Jesus Christus hat das perfekte Leben gelebt. Für dich und mich. Ich muss euch sagen, ich predige das am liebsten. Von allem, was ich predigen kann, predige ich am liebsten. Jesus hat für mich den Glaubensgehorsam bereits vollbracht. Jesus hat es gemacht. Er hat das Leben gelebt, das ich eigentlich leben müsste, um vor Gott bestehen zu können. Ich muss nicht einfach nur ein bisschen dazu tun. Dann reicht es dann vielleicht und sonst reicht es nicht. Nein, Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Und noch mehr. Jesus hat am Kreuz auch das getragen, was ich verbockt habe. Mein totes Leben. Meine Übertretungen. Meine Sünden. All das, was ich verbockt habe. Jesus starb für meine Schuld. Jesus lebte für mich und er starb für mich. Und jetzt ist es so, wenn Gott mich ansieht, dann sieht er einen perfekten Matthias. Nicht, weil der Matthias da perfekt ist. Im Gegenteil. Sehr oft. Sondern, weil Jesus vor mich hinsteht und sagt, ich habe für der dahinter gelebt. Und Gott sieht Jesus und sagt, wow, du bist würdig. Und dann gilt für mich, was es in Versen 4 bis 6 steht. Die Kleider nicht besudelt, weil Jesus hat sie gewaschen. Ich darf einhergehen in den Himmel mal, mit weißen Kleidern, denn ich bin es wert. Ich bin würdig dazu. Nicht, weil ich selbst würdig gelebt habe. Und weil Jesus mich würdig macht. Und Jesus, Gott, wird dann meinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Jesus wird sogar meinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wow. Warum? Weil ich so gut gelebt habe. Weil ich so lebendig war in meinem Christsein. Nein. Weil Jesus Christus für mich lebendig war. Weil er gelebt hat und für mich gestorben ist, damit ich leben kann. Und jetzt, wenn ich das erkannt habe, dann gebe ich mein Leben Jesus und sage, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld. Und ich möchte so leben, wie du es von mir möchtest. Kompromisslos. Busse tun heisst also, ich kehre zurück zur Gnade. Alles nur Gnade. Unverdient. An diese Botschaft müssen wir uns erinnern. Immer und immer wieder. Es ist alles nur Gnade. Und dann behalten, also tief ins Herz sinken lassen. Und dann Busse tun. Und Busse tun meint, ich bekenne meine Schuld. Da habe ich gesündigt. Da. Und vielleicht auch im Zusammenhang mit dieser Gemeinde, dass ich sage, Jesus, es tut mir leid, dass ich so gleichgültig geworden bin. Es tut mir leid, dass ich so aufgehört habe, dir kompromisslos nachzufolgen. Es tut mir leid, dass ich kein Abenteuer mehr wollte im Glauben. Dass ich alles gemieden habe, was irgendwie gefährlich sein könnte für mich als Gläubiger. Und Jesus, ich möchte heute Busse tun. Es tut mir leid. Und dann der zweite Schritt ist, nachdem ich meine Schuld eingesehen habe, sage Jesus, und ich folge dir jetzt wieder kompromisslos nach. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, uns Pastoren gefällt ein Gebet besonders gut, das wir immer mal wieder einblenden. Das Gebet, ich will, Jesus, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Ich will durch die Kraft des Heiligen Geistes auf dich hören und das tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Ich glaube, wer dieses Gebet betet von ganzem Herzen, der lebt, geistlich gesehen. Ein toter, geistlich toter Mensch kann so etwas nicht von Herzen beten. Das Gebet eines lebendigen Christen, der nicht schläft. Jesus, egal was es kostet, folge dir nach. Jesus sagt aber auch, wenn du nicht wachen wirst, dann werde ich kommen wie ein Dieb. Wenn der Papi kommt, oder wenn die Mami kommt, dann ist das für die Kinder oft sehr schön. Ah, der Papi kommt. Aber wenn der Papa vorher gesagt hat, wenn du jetzt nicht augenblicklich, dann komme ich. Ich weiss nicht, vielleicht kennt ihr solche Väter. Ich sage das ja nie, oder? Nein, nein, meine Kinder, die gehorchen, ab und zu, fast nie. Wenn ich jetzt, dann komme ich. Und dann ist es aber nicht mehr, wie sagen wir, gut Kiesi backen, äh, essen, Kuchen backen, Kiesi, dann ist es aber nicht mehr gut, oder? Wenn dann der Papi kommt, oh, 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 dann hast du ihn jetzt so. Also, ja, bei mir nie. Und wenn, wenn, wenn Jesus das sagt, wenn du aber nicht, dann komme ich, dann kann das wunderbar sein, wenn Jesus kommt, aber in diesem Fall eben total schrecklich. Jesus kommt wieder, da sind wir uns als Christen einig, sind uns nicht so einig, was noch vorher passiert so. Aber wir sind uns einig darin, dass Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist das für die einen, die an Jesus Christus glauben, der Start der heftigsten Freude, wie man sich vorstellen kann. Und für alle anderen, das Gericht. Darf ich dich heute Morgen auch fragen, wenn Jesus in diesem Moment wiederkommen würde, gerade jetzt, ist das ein Gedanke der Freude so? Ja, Jesus, ich bin bereit, ich schlafe nicht. Oder nein, nein, lieber noch nicht, zuerst noch. Wer schläft, wird überrascht sein, wenn Jesus wiederkommt. Wer hingegen lebt, ist jeden Moment bereit. Möchte auch heute uns die Frage stellen, was möchte Jesus unserer Gemeinde, was möchte Jesus uns, jedem persönlich durch diesen Brief sagen? Was ist das, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt? Was ist das, was der Heilige Geist uns heute Morgen mitteilen möchte? Ich habe den Eindruck, Jesus möchte heute unserer Gemeinde sagen, wache auf, wache auf, vielleicht Einzelnen, sehen einander ja nicht ins Herz. Und vielleicht habe ich keine Ahnung, wer da schläft, weil äusserlich betrachtet sieht alles super aus. Aber vielleicht möchte Jesus heute Morgen jemandem ganz persönlich sagen, ich möchte, dass du wieder aufwachst. Ich möchte, dass du dein Leben wieder ganz mir zur Verfügung stellst. und vielleicht auch uns als ganzer Gemeinde. Dieser Text soll uns eine Warnung sein, ob unsere Gemeinde geistlich gesehen lebt oder nicht, hängt nicht am Äußeren, am attraktiven Programm, an dem, was wir tun oder nicht tun. Es geht nicht um ein äußerlich perfektes Programm. Es geht auch nicht um äußerliche Bibeltreue. Man kann sagen, ja, wir sind wenigstens Bibeltreue. Es geht auch nicht darum, man kann sehr äußerlich so tun, als sei man Bibeltreu. Aber es ist doch tot. Es geht auch nicht um geheuchelte Liebe oder sonstige Werke. Es geht um ein echtes geistliches Leben, um echte kompromisslose Nachfolge. Und wisst ihr, das grösste Problem beim Schlaf ist, ich weiss das gar nicht, dass ich schlafe. Und darum brauchen wir heute Jesus, der uns unseren Zustand ganz eindeutig aufzeigt. Ich möchte jetzt dann beten, ich werde auch eine kurze Zeit der Stille einbauen, wo ich dich bitten möchte, dass du Jesus die Frage stellst, schlafe ich oder bin ich lebendig? Und Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart heute im Gottesdienst, egal wo ich gerade bin, du bist da und du sagst, dass der Gemeinde in Sardes, dass sie den Ruf hat zu leben, aber eigentlich ist sie tot und ich hoffe so sehr, dass das nicht für unsere Gemeinde zutrifft. Dass wir nicht den Ruf haben, lebendig zu sein und sind tot, sondern dass wir wirklich echtes geistliches Leben haben. Und Jesus, wenn das nicht der Fall ist, dann zeige uns das auf, als Gemeinde. Aber zeige es auch mir auf, uns, jedem Einzelnen, wo wir wie geistlich eingeschlafen sind. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst und mir meinen Zustand ganz konkret aufzeigst. Amen. Und Jesus, so wollen wir heute unser Leben wieder ganz neu dir zur Verfügung stellen. Dort, wo wir merken, wir sind wie eingeschlafen. Dort, wo wir nicht mehr kompromisslos dir nachgefolgt sind. Dort, wo wir begonnen haben, alles Gefährliche zu meiden. Jesus, bitte vergib uns das. Und Jesus, wir wollen uns dir wieder ganz neu hingeben. Diejenigen, die möchten, dürfen jetzt für sich das Gebet einfach auch wieder einiges mehr mitbetten. Wir wollen, dass du, Jesus, das Zentrum meines Lebens bist. Ich will durch die Kraft des Heiligen Geistes auf dich hören und das tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Amen. Amen.